Liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauerhaus hier heute Montag? Entsorgung ist angesagt nach so großen Anlässen bei uns im Garten oder in der Bühne oder in den Kellerbaden. Gibt es da auch Flaschen, die entsorgt werden müssen und auch Nespresso-Kapseln. Jetzt fahre ich da zur Gemeinde und entsorge dies fachgerecht. Es klingelt im Auto, die Flaschen. Sogar die Flaschen hier. Bein Widerscheling Widerscheling Wenn Dich Sogar Cora Schön Sogar Cora Sogar Cora Das war's für heute. Liebe YouTube-Freunde, ich habe einen Durchlaufkühler von Burgdorfer Bier, den habe ich gebraucht übers Wochenende und der bleibt jetzt bis nächstes Wochenende wieder im Betrieb bei mir und jetzt habe ich hier ein Gerät geholt, kann man füllen mit Wasser und die Leitung durchspülen, bis dann noch klares Wasser kommt, so wie hier, ist der gereinigt und bereit für nächstes Wochenende.